hey leute und herzlich willkommen zurück auf einem kanal call of duty war so dass wir haben custom games und natürlich haben wir sofort im stream ausprobiert was dabei rumgekommen ist wie viel hotmix es gab wie viel spaß wir hatten ob welche gecheatet haben das seht ihr hier in diesem video falls du bock hast auch mal mitzuspielen dann check auf jeden fall die beschreibung ab und kommen auf switch vorbei da können alle leute die am start sind mitspielen und jetzt vergesst nicht like das video und schreibe ein netzes kommentar viel spaß im video wo ich hab den platen hallo ist da jemand noch ich habe ein ok und ein mannes waren so viele 2000 jahre später let's go jetzt kommt das hinterher pushen ich hab nur ein piece nichts ich bin türkisch krabbe weiß du oder meine ich bin türkisch krabbe weiß magik ich habe nicht meine pump weggelegt und ja mal wieder loadout und wir haben wieder nix alter kotzt mich das an jetzt muss ich wieder ewig zuschauen sind hier gegner bei markierung ah nevermind ich sehe oberer stock hat hits orange marcus ist einer in dem haus ok da feiten zwei teams ist so ein game alter ich komme nicht zum fenster rein was ist das trash ja dick es ist einfach dumm 16 tick rate server merkt man einfach ich bin um die ecke bei ihm bin ich noch nicht um die ecke ok gibt's sinn ich habe so viel geld ich will nicht sterben ich habe zwei gottes chest der ist unten drin der ist richtig crack also beim loadout safe heli der töntet mich mit heli ich kotze weiß nicht wohin ist ehrenlos hab ihn geil oh ich bin so kacke ja 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 ach komm ich crack ihn sogar noch ach ja tschi jungs